So. Nein. Können es sogar reichen für das ganze Feld. Das ist besser. Na, was guckst du mich so an? Na, na, na. So, du und du, ja. Ihr zwei. Ist das nicht schön. Und du mit... Die will noch. Boah, Kühe haben wir jetzt. Der will auch gleich was. Na ja. Aber ihr habt schon alle Liebe gemacht. Ich muss euch mal zählen. Halt mal still. Zwei, vier, sechs, acht, neun Kühe. Ich pflanz mal Zuckerrohr irgendwo an. So, unten am See. Haben wir das nicht schon? Ne, das hast du wieder abgelöst. Ach, der speichert ja jetzt alle halbe Stunde mal. Ei. Naja, man kann nie wissen. Ich weiß nicht, was das Huhn macht, wenn ich hier reingehe. Die sind so gewieft, die Viecher. Haha. Nein. Nicht für euch. Die Freiheit gibt es nicht umsonst. Halt. Zwei, vier, sechs, acht, neun Hühner auch. Jetzt haben wir neun Rinder und neun Hühner. Vier Schafe und vier Schweine. Endlich mal. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Düm, 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 düm. Ich hüpfe hier grad so fröhlich durch die Gegend. Haha. Schau mal in die Küste. Oh, Weizen. Weizen, halb Willi. Zugeschlagen. Ähm. Gravel. Schnapp dir mal die fünf Gravel, die du da siehst. Weil jetzt wird der Boden ausgebaut draußen. Und ich schnapp dir ne Schaufel. Wie sieht es bei dir im Schaufel? Wir brauchen auch, ähm, Cobblestone. Kabel? Ja, okay. Warte. Und ganz viele Zäune. Mehr als neun wären gut. Gut. Wie, mach mal du den Grundriss mit dem Cobblestone. Okay. Wenn ich jetzt das nur wüsste hier. Ja, außen ist immer ein Cobbl, oder? Der Weg war hier einst breit. Düm, düm. Wie sieht's aus mit, ähm, Kürbissen? Können wir da hinpflanzen, oder? Hier so. So, wie bei dir im Server eigentlich? Wenn wir Melonen und Kürbisse haben, dann geht's uns eigentlich schon gut. Dann haben wir keinen Hungertod mehr. Und hier innen drin alles aus Gravel, oder? Japp. Hier hast du doch auch Kabel hingemacht, oder? Wie war das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, soll ich einen Cut reinmachen? Warte mal. Kannst du machen. Okay, weiter. Ich hab jetzt mal nicht auf Pause gedrückt. Ich hab jetzt einfach mal durchlaufen lassen. Ich mach das dann mit Camtasia. Äh, mit Premiere Pro. Camtasia hätte ich auch, aber Premiere ist einfach besser. Wow. Was? Fuck. Na du? Tiefer. Wir sehen uns dann wieder. In der Höhle. Da hab ich jetzt genug davon. Obwohl, Eisen. Sobald du Eisen siehst, ich schwör. Ich schwör alle. Ja, ich schwör. Voll konkret alle. Oder? Hey, ich hab Seeds. Ach, das Feld ist voll. Das ist ja mal was Neues. Ja, dank deinem, dein Bauenwiel. Ja. Das hat mir sehr geholfen. Eine Sucht in den Griff zu bekommen. Ist etwa noch die alte Playlist drin? So, was haben wir hier? Stopp. Halt, Stopp. Löschen. Gehen wir hier in Fröhlich. Machen das. Und ziehen die alle hier rein. So. Ah ne, das können wir schon. Oder wollt ihr das hören? Wollt ihr? Wollt ihr? Okay, das ist mir schon bei der ersten Aufnahme so was von den Ohren rausgegangen. Ah. Ah. Also jeder, der das jetzt wollte, macht wahrscheinlich nen Dislike. Weil ich hab's jetzt weggeklickt. Ja, ich dislike dich jetzt. Du hörst es doch gar nicht. Hast du ne Ahnung, was ich alles höre? Fledermaus, du hörst mich wahrscheinlich auch ohne Headset hier hinten sprechen. Von dir. Von deinem Dorf aus. 30, 40... Wie weit ist es von... Von Ding weg? Von von... Ich schätze, 50 Kilometer, oder? 50 Kilometer, ja. Du brauchst kein Headset. Scheiß auf Skype. Du bist wie Batman und Bluse. Ach, ja. Ich hab dich lieb. Mhm. Geh aus dem Weg, sonst hau ich dich. Das wär nicht so... Vorteilhaft. So Pussy-like, ja. Ich mach mal das hier auf ne Ebene runter. Ich überleg kann, soll mir die Schmiede hier hinbauen? Ja, Schmiede. Ja, aber mir ist fünfmal das Haus abgefackelt. Bis du es richtig gebaut hast. Dann ist es nur noch einmal passiert. Okay, das ist auch nicht grad zu ermutigen. Es wirkte dunkel. Ich brauch noch einen Ofen. Boah. Soll ich meine Stimme verstellen? Mit dem Programm? Das wär so geil. Nein. Wieso nicht? Ich will mal reden wie ein richtiger Raucher, ja. Nix gegen Raucher, aber... Das ist eine richtig schöne Raucher-Lunge. Braun gebrannt, nicht nur äußerlich. Auch von innen schön durch. Ja. Äh, wir sollten jetzt ins Bett gehen. Ja. Schlafen. Hm. Ich muss meinen Baileys noch trinken. Ja, tu mit deinen Baileys. Hehehe. Den hab ich noch nie probiert, den du mir jetzt gegeben hast. Wie heißt der? Nuss? Irgendwas mit Nuss. Äh, mein Chocolat irgendwie so. Oh, Chocolat! Chocolat! Ach, keine Ahnung wie das... SCHOKOLADE! Das schmeckt ja ätzend. Sagtest du gerade! Schokolade! Und wir sollten demnächst mal, ähm... Kürbisse suchen! Kürbissee! Kürbissee! Ja, sollten wir! Und Melo! Leider ist unsere Spaßaufnahme, die wir mal gemacht haben, kaputt gegangen. Weiß es noch? Da waren wir im Schützengraben, schon vergessen! Aus dem Gas! Aber dafür bauen wir jetzt die Arena. Und ich... Und ich hoffe, bis zu der Folge, die ich... Die ich jetzt... Da, wo ich jetzt jetzt erwähnt habe, ist die Schalex hochgeladen. Vielleicht bitten wir auch... Pete Smitty... Mal da durchzugehen. Na, gehen wird er wohl... Also, durchgehen wird er wohl kaum schaffen, weil... An manchen Stellen wird's ein bisschen happig. Und wir haben die so konzipiert, dass zwei unten... Auch einer... Unten durchgehen kann und einer oben. Und von oben, da gibt's so schöne Schalterchen. Oder bis... Was sag ich denn? Bis jetzt... Also... Die Folge wird ja bald hochgeladen sein. Noch vor der Aufnahme habe ich ja gerade schon erwähnt. Und ihr werdet das bestimmt schon gesehen haben, aber ich will das noch mal kurz erwähnen. Oben ist einer und der kann dann so schön Knöpfchen drücken. Falls ihr die Aufnahme noch nicht gesehen habt. Oder falls sie noch nicht hochgeladen ist. Wie auch immer. Und da fallen dann von oben so richtig schöne Geschenke runter. Ab einer bestimmten Stelle. Schön machst du das. Also, ich würd gern der sein, der oben ist. Du möchtest viel. Ich bekomm aber sehr wenig. Du möchtest... Ich mach's ja nicht so umständlich, ne? Blablabla. Ey, das ist schön. Wie heißt das Lied? Oh, da, da. Mhm. Wir haben auch einen Link. Jetzt, wo wir die Musik her haben. Jetzt, wo wir die Musik her haben. Stell mal rein. Ja, wir verschönern hier dein... Dein... Dein Vorgarten. So. Ja, dann würd ich sagen, hier... Kabel ist da und rein. Die Enderbäume hier noch weg. Ne, lass sie stehen. Meine Axt... Wartet! Ups! Ich hab kein Kabel ist da und mehr. Warte! 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 Hier! Peck! Was hast du gesagt? Peck! Pikachu! Pika! Pika! Oh, jetzt haben wir alles, was wir jetzt in den drei Aufnahmen hier da unten gesammelt haben, schon wieder fast verprasst. Wo sind die Betten? Ach, das ist ja in deinem Singleplayer-Server. Sollten mal Abendbrot machen, wir nehmen jetzt schon... Ja. Ja. Ich muss mal wieder Pause machen. Also, die Aufnahme hab ich jetzt schon ab 45 mal mit's neu gestartet. Hm. Jetzt ist schon wieder 1 Stunde 10 rum. Puh. Wieso kann ich das hier aufnehmen? Keine Warte. Da ist dat! Wo kennt ich da? HAAA! So, jetzt. Ich hab ihn! Wo ist die Fackel? Und du hast das Ding aufgenommen. Ich bin schneller! Nein! Aha. Hehehe. Kann man das da so machen? Ne. Wieso sind da eigentlich im Boden... ähm... Furens ist eingelassen. Äh... Weil es ihn jetzt schlecht aussehen und... Praktisch. Da kann man gleich hier so... Obwohl man gar nicht rankommt. Kein offenes Feuer im Haus. So. Wie heißt das denn hier gebaut? Wir brauchen mehr Kabel. Warte. Ich geb's dir mal, weil du hast die Vorlage im Kopf. Hier 34. Und hab ich noch mehr? Keine Ahnung, was jetzt gucken was geht. Ne, ich hab noch Gravel. Sand. Also, wir bräuchten jetzt schon mal Stiefchen. Und... Und Glas. Und Glas. Was? Glas? Ja. Ich hab jetzt ein bisschen Dirt noch abgebaut. Ja, jetzt können wir hier. So. Wie heißt das Lied? Nightwalk. F***. Cooler Name. Besser als Ode-Do-Da. Pass auf, jetzt kommt der Meister. Hehehe. Wieso was machst du denn? Ich will mitgucke. Wackel weg. Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö. So war dat glaube ich. Also, ich finde. Dat sah genauso aus. Genau. Da war ganz rechts nur noch Lava drin. Oh, wir müssen Lava holen. Ja, das... Nicht immer schnell Lava holen. In einem Eimer, der noch leer ist... Leer bleiben wir ab. Okay, die Musik passt zwar nicht zu dem Ambiente hier unten, aber... Da, da, da! Der ist irgendwie voll hell. Fuck. Bam, 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 bam. Ach, scheiß, die waren dann. Bam, 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 bam. Äh, ja. Boom! Dö, 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 dö. Hier gibt's nichts mehr an Lava. Und ich will nicht mehr so... Ich will nicht mehr so tief in die Höhle vordringen. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock. Dö, 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 dö. Da kam ich her, okay, gut. Großer Gang. Immer in die Richtung. Ich glaube, ich will mit Schwert rum. Okay. Zur Vorsicht. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Lava! Boah, das ist ein fetter See. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Lava! Boah, das ist ein fetter See. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Ich hab Lava! Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Genau sowas. Nein, zieh euch nicht. Wenn ich jetzt zwei Lava abgegriffen hätte, könnten wir doch eigentlich... Gläser... Gläser... Ich glaube nicht, oder? Auf des... Hier lang. Schnell abhauen. Ach, fuck, ey. Hoffentlich bin ich hier richtig. Nein. Boah, hier unten sind schon wieder Zombies. Obwohl hier alles ausgerichtet ist. Wo sind wir nochmal lang? Doch, das war schon richtig. Puh. Puh.